Und das hier ist er, der wunderschöne Zwetschgenkuchen mit leckeren Streuselstücken, einem fluffigen Hefeteig. Und es ist kein Pflaumenkuchen, sondern ein Zwetschgenkuchen. Quetschekuchen. Quetschekuchen. Im Ode war es ja schon mal Quetschekuchen. Ich weiß, Quetschekuchen. Warum kommen da Quetsche rein und keine Pflaumen? Pflaumen sind ja eher rundlich. Die kann man so das ganze Jahr fast im Supermarkt kaufen. Und die Zwetschgen, die sind halt jetzt genau die Jahreszeit. Und die sollten auch nicht so ganz so saftig sein, sondern ruhig ein bisschen grüner. Sie haben auch so eine leichte Bitternote. Die sind nicht nur süß und wässrig, sondern haben tatsächlich ein viel intensiveres Aroma. Ja, der Hefeteig interessiert uns auch sehr. Der macht ja vielen Laien sehr zu schaffen. Der darf auf jeden Fall nicht zu fest werden. Weil ich meine, der Hefeteig ist einfach nur mal die halbe Miete bei dem Kuchen. Das ist die halbe Miete. Deshalb habe ich schon mal einen vorbereitet. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir den so lange kneten, bis wir einen Fenstertest machen können. Das heißt, das Gluten, das muss richtig schön ausgeknetet sein. Und wenn man da so ein bisschen sozusagen fast durchschauen kann, dann ist er richtig. Und wie kriegen wir das hin? Einfach kneten, kneten, kneten? Kneten, kneten, kneten. Wenn man es von Hand knetet, statt mit der Maschine, dauert es mindestens doppelt so lange. Also fast 20 Minuten. Also die Maschine auf jeden Fall arbeiten lassen. Das Gluten muss verarbeitet werden. Und dann haben wir einen fluffigen Teig oder kommt noch irgendwas anderes rein? Ich habe noch etwas Besonderes dazu, weil ich habe hier noch einen Möbbteig gemacht. Und der kommt jetzt noch mit dazu. Also wir haben sozusagen einen hybriden Teig. Einen hybriden Teig, genau. Wir mischen. Ich mische nur kurz, ja, weil wir haben ja schon einen vorbereitet. Das heißt, richtig schön drunter kneten, bis das richtig schön glatt ist. Also der Möbbeteig, der bringt dann dieses Weiche rein, durch die viele Butter, oder? Durch die Butter, ja. Macht es schön haltbar. Super. Das heißt, der ist morgen genauso gut wie heute. Ja. Das macht das Ganze so, ja, macht es ein bisschen entspannter. Oh, das liebe ich. So, ich erkläre nochmal kurz den Hefeteig. Also Möbbeteig, ganz klar, Zucker, Mehl, Butter. Kurz vermischen, da kann man dann alles reintun. Ich habe hier noch ein paar Haselnüssen noch mit dabei. Wer da mit den Nüssen Probleme hat, lässt sie natürlich draußen. Aber ich finde das immer ganz schön. Aber der Hefeteig ist ja immer so ein bisschen, oh, ich habe Panik, ich habe Angst davor. Ja. Wir haben hier die Hefe. Die haben wir jetzt extra eingepackt gelassen, sonst trocknet die immer so schnell aus. Man kann natürlich auch ganz normale getrocknete Hefe verwenden, geht genauso. Ich persönlich mag aber lieber frische Hefe. Die riecht ganz anders. Ja, ganz anders. So, das wichtig ist, dass die Milch mindestens Raumtemperatur hat, wenn nicht so ganz, ganz leicht lauwarm. Ja, da sind die Muttis wieder gefragt. Die wissen mit der Wange, so ein bisschen die Milchflasche warm machen. Das ist vollkommen ausreichend. Mehr mag die Hefe auch nicht. Ja, wie bei kleinen Kindern. Dann geben wir eine Prise Zucker dazu, lösen das Ganze auf in der Milch. Damit die arbeiten kann. Genau, dass sie mit ihr arbeiten kann, damit die Nährstoffe kriegt. Und dann kommen eigentlich alle anderen Zutaten schon dazu. Bis auf die Butter. Das ist ganz wichtig, dass die Butter nicht zu früh dazu kommt. Bei so einem leichten Hefeteig ist nur ein bisschen Butter dabei, das ist nicht so ganz wichtig. Warum ist es wichtig, dass die später kommt? Weil wenn die Butter zu früh reinkommt, dann umschließt die sozusagen die Mehlklumpen. Und dann haben wir einen kurzen Teig. Also, ich merke gerade, beim Backen muss man einfach verstehen, was die einzelnen Zutaten, wie die miteinander interagieren, wenn man sie zusammenmixt. Und wenn man das verstanden hat, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ich könnte es nicht schöner sagen. Ja, siehst du? So. Täter Tät, kannst du noch sagen. Die Hefe mit dem Zucker und so. So, jetzt müssen wir den Teig natürlich ausrollen. Übrigens, unser Teigrezept ergibt zwei so Teiglinge. Ja? Mhm. Und wenn dann was übrig bleibt, ganz wichtig, einfach nur schön zusammen so einen Klumpen machen und dann einfrieren. Und wenn wir es dann das nächste Mal brauchen, können wir es gerade ausfrieren. Dann hat man nur einmal sich die Mühe gemacht. Das Rezept für unseren Quetschekuren finden Sie auf unserer Hallo Hessen Seite. Oder Sie scannen den QR-Code und da sind richtig gute Insider, also Weltmeister-Tipps drin. Super, super. Also, das Wichtigste, wir mixen hier gerade den Hefeteig mit einem Mürbeteig. Weil im Mürbeteig ist viel Butter drin und dadurch kriegen wir die Fluffigkeit und dieses, ja, einfach das geschmeidige Saftige rein. So, jetzt war ich wieder zu schnell. Das heißt, ich habe den Mürbeteig, den Mürbeteig, den Hefeteig, Mürbeteig-Mix ausgerollt und falte mir das jetzt einfach so auf ein Viertel zusammen, ja. Meine Backform ist jetzt so eine klassische, konisch zulaufende Backform. Man kann aber auch alle anderen Backformen nehmen, wenn man keine hat, dann nimmt man einfach, kann man auch einen Grill zum Beispiel machen, auf so einem Pizzastein geht genauso. Der Kuchen? Ja, klar. Ja, warum nicht? Das ist einfach Hitze dann nur von unten, halt nicht von oben, oder? Ja. Obwohl, nee, bei so einem Pizzateil auch von oben. Auch von oben. Ich habe sowas nicht, deswegen. Nur nicht so heiß machen, ne? Das ist ganz wichtig. So, jetzt kommt es natürlich darauf an, ist der Zwetschenguchen reichhaltig belegt oder ist er so ein bisschen, naja, ein bisschen sparsam belegt. Das liegt einfach daran, dass wir halt den Winkel von den Zwetschen bestimmen müssen sozusagen. So ein Kilo soll es mindestens sein. Warum bleiben da eigentlich so viele Stücke zusammen? Warum schneidet man die nicht durch? Weil beim Beißen hinterher oder wenn man mit der Gabel so reinpiekst, dann hat man auf einmal so viel Quetsche. Wir haben natürlich als Profis, sag ich mal, eine Maschine oder zumindest mal so ein Handautomat, der das macht. Und jetzt habe ich hier das gerade so leicht halbiert und dann tue ich das hier gerade nochmal so. Das bleibt aber alles zusammen, ne? Das bleibt alles zusammen, außer ich schneide es halt komplett durch. Aber der Profi lässt es einfach zusammen. Und der Länge nach rein. Und der Länge nach, genau. So, und dann wird es einfach nach und nach hier aufgebaut. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis ich das alles drin habe. Und manchmal fühlt sich doch durch die Maschine so ein Stein zwischendrin. Die muss man natürlich aufpassen, dass man die alle erwischt, dass die nicht... Sonst wird die Kundschaft sauer. Ja, oder der Zahnarzt. Oder die Gäste zu Hause, genau. Ja, ne? So, und dann halt immer versetzt sozusagen dann die Zwetschen rein. Und dann kommt die Gewissensfrage schlechthin. Ja. Streusel, Modewald sehe ich schon mal Ribbel dazu. Ribbel. Wir wollen viel Ribbel dazu. Ribbel dazu. Die Ribbel danach, dann müssen wir so vorbacken. Oder während dem Backen dazu. Das ist immer so ein bisschen eine Gewissensfrage. Der eine mag es lieber so ein bisschen... Krosser. Ja, ein bisschen krosser. Dann würde ich es ja so machen, wie wir es gemacht haben jetzt. Einfach die Streusel... Die sind die mitgebacken, die haben wir mitgebacken, ja? Weil die sind so natürlich... Eben, die sind nicht, die sind hinterher. Die sind vorgebacken und dann nachträglich drüber gestreut. Sagen Sie, Herr Siefert, könnte man das Ganze hier auch mit Birnen oder Äpfeln machen? Mit Äpfeln auf alle Fälle. Birne, ja, kommt immer ein bisschen drauf an. Und war ein guter Tipp, weil... Wenn die Früchte sehr, sehr saftig sind, egal ob es jetzt Apfel, Birne, also Apfel ist nicht so schwierig, aber Birne, da hat man schon öfters mal das Problem, dass man vielleicht ein bisschen zu saftig ist. Und dann würde ich empfehlen, ein paar Biskuitbrösel oder ein bisschen Semmelmehl oder sowas. Irgendwas zum Aufsaugen. Zum Aufsaugen unten rein streuen. Das ist da ganz, ganz wichtig, dass das... Das sieht so schön aus, diese Symmetrie in diesem Kuchen. Lieben Sie das auch gerade so? Das ist echt was fürs Auge. Ja. Ganz, ganz, ganz hübsch. Aber was nix fürs Auge ist, wenn man da ganz viele davon macht, sollte man ein paar Gummihandschuhe anziehen, weil die Gerbsäure von den Pflaumen, die machen die Finger schwarz. Für uns Männer ist das ja nicht so ganz so wichtig, aber für die Damen würde ich immer empfehlen, hier... Das ist auch ein guter Tipp. So ein Gummihandschuh anziehen. Ja, wie schön sieht das aus. So viel Früchte. Das ist doch ein richtig gesunder Kuchen. Ja. Viel Vitamine da drin. Also müssen wir viel Kuchen essen. So, und jetzt machen wir noch schnell die Streusel. Das heißt hier, Butter verflüssigen. Flüssige Butter? Sie sehen es ganz häufig in den Rezepten, dass die Butter nicht flüssig reinkommt, aber dann kann das Mehl, wird ja sozusagen dann so ein bisschen umschlossen von der Butter und da ist es ganz, ganz perfekt. Und wenn man mag, noch ein paar geriebene Mandeln oder Haselnüsse, wenn man es ganz exotisch mag, Kokosnuss zum Beispiel, geht natürlich auch. Ja, und dann ist die Frage, vorher oder nachher, jetzt machen wir es mal direkt drauf. Dann variieren wir. Dann haben wir ja zwei vorgestellt. Also flüssige Butter, ganz, ganz wichtig. Ja, Odenwälder, Ribbelkuchen, es sind keine Streusel, sondern sind Ribbel, weil wir das natürlich zwischen den Händen... Weil ihr das so reinribbelt. Ribbelt, genau. Deshalb heißt es Ribbelkuchen. Sagt ihr auch, es ribbelt, wenn es schneit? Ne. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Weil es hat ja denselben Effekt so. Ja, ja. Bisschen. Frau Holle ribbelt gerade, weißt du? Frau, Frau, ich wollte gerade sagen, aber Frau Holle bin ich noch nicht gewesen, aber warum nicht? So, das Ganze kommt natürlich jetzt nicht direkt in den Ofen, weil der Hefeteig muss noch ein bisschen gehen. Das heißt also mindestens mal 20 Minuten. In dem Zustand? In dem Zustand. Und man kann das natürlich einfach nur zudecken. Wo? Oder, also hier Raumtemperatur reicht vollkommen. Also früher hier im Studio hat es keine Viertelstunde gedauert, weil die Strahler natürlich viel wärmer waren. Wir haben so einige, ne? Einige Spots hier. Das gibt es aber. Das heißt, jetzt sollte man die einfach in den Ofen schon mal, der vorgewärmt ist. Die modernen Öfen, die haben ja auch schon, sag ich mal, so eine Gärstufe sozusagen mit drin. Das heißt, die sind dann bei 50 Grad ungefähr und dann ist der Teig so ein bisschen aufgegangen und dann kommt der in den Ofen, wird gebacken und dann kommt das hier mal raus. Wunderbar, wunderbar, ja? Perfekt. Haben wir schon gesagt, wie lang und bei welcher Hitze? Also, Hefeteig sollte nicht zu kalt gebacken werden, also so 180, 175 Grad ist das Minimum. Wir backen ihn bei 210 und dann ungefähr eine halbe Stunde. Wunderbar. Also das Wichtigste, wir müssen der Hefe die Zeit geben zu arbeiten. Die hat echt einen harten Job zu, also die will einfach arbeiten, ja? Zucker, damit die genug Kraft hat und dann hier nochmal 20 Minuten gehen lassen. Und das ist einfach lecker. Aber sowas von. Vielen, vielen Dank, Bernd.